Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Almost Daily mit fantastischen Gästen. Wir reden heute ein bisschen über Super Mario. Ihr kennt ihn vielleicht, das ist eine Videospielfigur und der wird 35. Herzlich willkommen zu Super Mario, weiß ich. Ja, zu Super Mario. Schön, dass ihr da seid, Matze, Sarah, Fabian. Stimmt es überhaupt, dass Super Mario 35 wird? Es ist 35. Geburtstag, aber gibt's den nicht schon länger? Naja, je nachdem, wo du anfängst zu rechnen. 35 Jahre seit Super Mario Brothers. Davor war er Jumpman bei Donkey Kong, das war natürlich davor, aber Super Mario Brothers war vor 35 Jahren. 35, okay. Weil es war 35? 85. 85, krass. War im Prinzip so meine erste richtige Konsole. Damals bei Toys R Us das NES gekauft mit Super Mario und Kong-Fu. Ja, du bist ein bisschen älter noch als ich, Eddy. Bei mir war das auch so Mitte der 80er, ich war noch so klein, ich hab das nicht gerafft. Ich hab, wenn ich das im Laden gesehen hab, so eine Packung mit Mario, dann wollte ich das haben, aber ich hab gar nicht verstanden, dass wir das Gerät dafür nicht haben. Wir hatten, glaub ich, so ein C64. Ich konnte das nicht differenzieren, von dem, wenn wir dieses Spiel jetzt kaufen, kann ich damit gar nichts anfangen. Das hatte ja auch so eine Comic-Grafik, man dachte auch teilweise, das sind einfach nur irgendwie Kindergeschichten oder Comics oder irgendwie. Du wusstest ja nicht, dass das eine Kassette noch da drin ist. Ja, ich wusste schon, dass das ein Spiel ist und ich hatte irgendwo auch Super Mario schon mal gesehen, aber diese Zusammenhänge konnte ich dann noch nicht herstellen, zwischen Konsole und Spiel dafür. Das hat dann noch zwei, drei Jahre oder so gedauert. Weißt du noch, mein NES hat damals 379 Mark gekostet, plus zwei Spiele. Also, glaub ich, 500 Mark oder so bist du da aus Toys R Us raus. Und das werd ich nicht vergessen. Also, hab ich auch, wie gesagt, bis heute noch sehr präsent im Kopf, weil das war so ein Moment, wenn du, da war ich sieben oder sechseinhalb oder sieben. Und du gehst zum ersten Mal mit diesem Gerät nach Hause und die Aufregung, das anzuschließen, die Kassette da reinzustecken und loszuzocken, das hat, glaub ich, einfach dafür gesorgt, dass ich heutzutage immer noch mit Videospielen arbeite. Wie war das bei dir, Sarah? Weißt du noch dein erster Super Mario-Moment? Ich hab drüber nachgedacht und bei mir war das so, dass es auf jeden Fall nicht so chronologisch verlief, wie es damals rauskam, weil ich halt später dazu kam, nicht Mitte der 80er und auch, ich würde sagen, Anfang der 2000er. Hab dann verschiedene Marios auf den Handhelds gespielt, weil ich ja immer Nintendo-Handheld-Kind war, bis ich auf dem N64 bei meiner Nachbarin und sehr guten Freundin das, ja, Mario 64 spielen durfte. Und das war für mich, ist das bis heute eine der erleuchtenden Gaming-Momente, sag ich jetzt mal. Deswegen sind diese Mario 3D Allstars für mich ganz cool, weil ich da auch mit Mario Sunshine, muss ich ein bisschen ausklammern, zumindest damals, aber später dann mit den V-Teilen, mit den Galaxy-Teilen, ja, ganz, ganz tolle Momente verbinde. Das ist ganz lustig. Bei mir war es nämlich auch die Nachbarin. Wir hatten eine gute Befreundin in der Nachbarschaft, die hatte ein NES. Das war meine erste Berührung auch damit irgendwie. Also, die hatte auch, glaub ich, nur Super Mario Brothers. Und ich hab das auch, wie Fabian schon sagt, ich hab das auch überhaupt nicht gecheckt, was das genau beinhaltet und so. Aber da waren irgendwelche lustigen Sachen, man konnte Knöpf hindrücken und über den Bildschirm hüpfen. Mein richtiger Einstieg war dann auch erst das Super Nintendo. Das ist dann allerdings wieder so ein Magic Moment, wie du gerade erzählt hast, Eddie. Ich weiß noch genau, wie meine Eltern mir diesen großen Karton mit dem Super Nintendo überreicht haben. Und obwohl ich den Game Boy schon vorher hatte, war das ein sehr großer Magic Moment, der mich auch bis heute begleitet. Das sind so Sachen, auch mein erstes Super Nintendo werde ich auch nie vergessen. Auch als ich es das erste Mal gesehen habe im Laden. Das war so ein kleiner Videospielladen in Frankfurt. Und ich hab zum ersten Mal Super Mario World gesehen. Und danach hat er noch Final Fight reingelegt. Und ich hab gedacht, alter Schwede, diese Schlaggeräusche. Das ist ja wie ein Film. Und diese Muskelmänner. Und das ist ja mega krass. Und dann haben wir das gekauft. Und Super Mario World war natürlich auch noch mal krass. Ich hatte aber damals schon Super Mario 3 gespielt. Beziehungsweise schon recht früh Super Mario 3. Die Story hab ich auch schon mal erzählt, dass mein Nachbar, der ein paar Jahre älter war, ein ziemlicher Videospielfreak war. Und aus irgendeiner dubiosen Powerplay-Kleinanzeige sich damals so ein Fake-NES gekauft hat, was japanische Module abgespielt hat. Und der hatte dann auch ein japanisches Super Mario 3. Das war so ein kleines gelbes Modul, was du nur mit einem Adapter überhaupt in das NES auch schieben konntest. Oder in dieses japanische NES oder was der da hatte. Und da hab ich dann Super Mario Bros. 3 gespielt. Da kam, glaub ich, in Deutschland grade der zweite Teil raus. Und das war schon für mich ein krasser Game-Changer. Weil das war schon ... Das Spiel war so komplex und bot so viele Geheimnisse und Fantasien. Und hatte auch zum ersten Mal diese frei scrollbaren Level und diese Map, wo du verschiedene Wege einschlagen konntest, mit den Minispielen, mit den verschiedenen Kostümen. Es war gefühlt riesengroß. Hatte dann diese Flugschiff-Level, diese ganzen Geheim-Items, P-Hörnchen und so weiter und so fort. Also, das war alles ... Das hat mich richtig nicht überfordert, aber da war für mich Mario das was krasseste. Ja. Der Mario Bros. 3 war echt Riesensprung in der Mario-Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, glaub ich, so 20, 25 Jahre immer gesagt, Super Mario World war viel geiler, weil es natürlich besser aussah. Und es hat mehr hergemacht, wenn man es so zum ersten Mal sieht. Aber heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich nicht sagen würde, Super Mario Bros. 3 ist mindestens das ebenbürtige Spiel gewesen. Weil es so ... Also, die Sachen, die es auch gab, so das Froschkostüm und solche Sachen, die dann bei Mario World später nicht mehr drin waren, das war schon irgendwie echt auch ikonisch. Und es war natürlich eine viel größere Leistung, auf dem NES auch so ein Spiel zu machen, als Super Mario World auf dem Super Nintendo. Also, ich würde die als gleich stark eigentlich mittlerweile heute bewerten. Ich mag den Look und viel von Mario World auch. Das spielt sich noch ein bisschen runder, wirkt noch ein bisschen polierter. Aber was Innovation angeht, war Super Mario Bros. 3 einfach überkrass. Allein, dass du plötzlich fliegen konntest und die Levels teilweise mehrere Meter hoch waren und du dann da oben noch eine Tür entdeckt hast, die dich in ein anderes Level gebracht hat. Also, es war ja schon ein halbes Rollenspiel fast schon oder Adventure. Also, das war ja weit mehr als ein reiner Plattformer, wo du nur ein paar Münzen einsammelst. Doch, weil du hast Items gefunden, du hast Warpzones gefunden, du hast so viele Geheimnisse, sag ich mal, entdeckt. Das gab's halt damals in der Form. Gab's das nicht als Jump'n'Run. Es war halt einfach Peak-NES-Zeit. Mehr konntest du aus der Konsole nicht rausholen. Die Overworld, was da alles zu entdecken war, wie du schon sagst, das ist einfach ein Riesending. Deswegen, ich würd auch schon sagen, du hast halt auf der einen Seite das Beste, was die alte Konsole rauskriegen konnte und du hast das Erste, was die neue Konsole machen konnte. Die sind schon ziemlich ebenbürtig, würd ich auch sagen. Ich mein, man darf bei Super Mario World aber auch nicht vergessen, was das alles gemacht hat und wie grandios dieses Spiel ist. Also, ich will da jetzt auch nicht ... Wie gesagt, ich sag, beides ist ebenbürtig, aber auch so Dinge wie das Cape und Yoshi aus Super Mario World, die haben so hohe Wellen geschlagen und werden bis heute benutzt und haben so viele Grundsteine auch gelegt. Das darf man auch nicht absprechen. Und dann, wie gesagt, Sarah, du hast es eben angesprochen, Mario 64 war dann wirklich ein Meilenstein, auch nicht nur in der Mario-Geschichte, sondern in der Videospielgeschichte, weil's auch das erste Spiel war, dass sozusagen ein 2D-Spiel in eine glaubwürdige und vor allen Dingen auch gut funktionierende 3D-Welt übertragen hat. Es gab natürlich auch andere Spiele wie Tomb Raider oder so, die diese 3D-Welt hatten, aber die gab's halt auch nur in 3D. Es gab kein 2D-Tomb Raider. Und da war natürlich auch jeder erst mal skeptisch, kann das überhaupt funktionieren? Ich weiß das noch, das war die große Frage, wie soll denn Mario 3D, also wie soll das denn funktionieren? Weil du hattest ja halt immer so im Kopf, du musst von links nach rechts quasi. Und wie soll das denn gehen, wenn du einen großen, freien, begehbaren Raum hast? Wie soll das denn dann noch zielführend sein? Das war so ein bisschen das, was wir damals im Kopf hatten. Und ich erinnere mich, es gab ja damals beim N64, das werd ich auch nie vergessen, gab's diese legendäre Vorbestellaktion in Deutschland, wo du, ich glaub, 64 Mark anzahlen konntest, um dir dann zum Launch auf jeden Fall hundertprozentig eine Konsole zu sehen, was ich natürlich gemacht habe und dann am Launchtag da reingerannt bin, so auf, ich werd's nie vergessen, wie aufgeregt, ich hab nicht die Rolltreppen im Kaufhaus genommen, sondern bin durchs Treppenhaus, damit's schneller geht, hoch in die Videospielabteilung, hab diesen Gutschein da gewunken, der Verkäufer kannte mich natürlich schon, weil ich jeden Tag oder alle zwei Tage in der Videospielabteilung war, hab mein N64 genommen und eine Woche später haben die den Preis um hundert Mark reduziert. Und alle, die vorbestellt haben, haben sich gedacht so, bitte was? Seid ihr bescheuert? Wurdest du einfach mal dafür bestraft, dass du vorbestellt hast? Ja. Ja, zu der Zeit war ich schon so weit, da hatte ich schon ein Portgerät und ich hatte ein US-N64. Und ich muss sagen, ich war da echt auch happy drüber, weil du hattest ja auch beim N64 noch mehrere Probleme. Zum einen, dass das Gerät kein RGB ausgegeben hat, war super kacke, also das PAL-Gerät nicht. Und du hattest 50 Hertz bei den Spielen zum Großteil, das heißt, die waren deutlich langsamer. Aber unabhängig davon, egal, ob man das jetzt US- oder PAL gespielt hat, bei Mario 64 kam ja auch noch dazu, du hattest auf einmal einen Controller mit einem Analog-Stick. Wie crazy war das? Also nicht nur, du konntest dich frei im Raum bewegen, sondern auch so, okay, du hast so ganz leicht diesen Stick gedrückt und der läuft langsam und dann drückst du den voll durch und der rennt los. Dieses Gefühl, was man da hatte, ich versuch mir das immer, das ist jetzt auch fast schon ein Vierteljahrhundert her, ich glaub, wir sprechen hier von 96 oder so, ich versuch mir das immer so für mich zu bewahren, wie geil es war, zum ersten Mal Mario 64 gespielt zu haben. Und das ist natürlich auch einer, für mich wahrscheinlich, der Top-10-Momente so einer Videospielkarriere, so einer persönlichen, so was zum ersten Mal zu erleben und wie geflasht und wie fröhlich man einfach darüber war, wie viel Spaß das gemacht hat. Ja. Ich hab's damit ja auch gelernt. Ich hab damals das Mario 64 gespielt und das sind alles ja Steuerungssachen, die man heutzutage noch braucht. Und das hat's damals neu gemacht. Und für euch war's noch, aber für mich war's halt auch das erste Mal. Ich kann so diese ganzen 2D-Marios gar nicht mehr so 100 Prozent, natürlich hat man das jetzt nachgeholt, aber so aus der reinen Erinnerung an damals kann ich euch nicht die ganzen 2D-Marios richtig auseinanderdröseln und sagen, das war Mario Land, das war hier, ja, Super Mario Brothers. Ich krieg's nicht mehr 100 Prozent auseinander, weil ich das halt damals immer nur zu gewissen Zeiträumen dort spielen durfte, die ich selber besessen habe und dann halt das eingelegt habe, was ich an dem Tag irgendwie ... Was da oben lag. Ja, was oben lag. Na, klar. Ja, aber mit Mario 64 war das dann anders. Da hat man sich dann hingesessen und hat einen Stern nach dem anderen sich geholt. Und das sind Momente, die man nicht vergisst. Ich weiß noch, eine der Geschichten war, dass die Nachbarin quasi, also eine dritte Person, eine ältere Person, von der ich die ganzen Retro-Konsolen, sag ich jetzt mal, irgendwann geerbt hab, die hatte ein Lösungsbuch für Mario 64 und wir kamen nicht weiter. Wir wussten irgendwo, wir hatten einen Stern, ich glaube eben bei Tic-Tac-Trauma in diesem Glockenturm, da kamen wir nicht weiter und wussten nicht, wie wir an diesen Stern rankommen sollten. Und sie hatte ein Lösungsbuch. Und das war damals, das war so krass. Und ja, meine Nachbarin hatte sich das ausgeliehen und wir hatten jede Seite, von Seite zu Seite hatten wir kopiert. Wir waren irgendwie im Einkaufsladen, wo ein Kopierer stand und haben die irgendwie, keine Ahnung, drei Nachmittage damit verbracht. Und am Ende war dieses Lösungsbuch, dieses offizielle Lösungsbuch weg. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, es war weg. Es gab irgendwie wochenlang Zank und hin und her. Und ich hab bis heute noch diese fertigen Kopien, was einfach nur einzelne Zettel sind. Aber ja, eine lange Geschichte, die nicht zu einem positiven Ende geführt hat, aber für immer irgendwie da bleibt. Und ich hab immer noch diese Zettel aufgehoben. Und auch das heißt ja irgendwie schon was. Und ja, deswegen find ich's ganz cool, das heute auf der Switch nachholen zu können quasi. Das ist ganz lustig. Ich hab nämlich ein ähnliches Lösungsbuch-Geschichte. Mein erstes Lösungsbuch hab ich mir auch selber ausgedruckt. Ich hab den ganzen Stapel mit DIN A4-Zetteln für Mario Sunshine in der Tat. Weil das war das erste Mal, wo ich dann auch gesagt hab, ich will alle Scheins haben und alle blauen Münzen. Und allein die Liste, wo alle blauen Münzen versteckt sind, war schon mal ewig lang. Und da war so in den Anfängen vom Internet dann irgendwie das irgendwo ausgedruckt. Und ich hab letztens noch beim Keller aufräumen meinen Ordner gefunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist. Aber wirklich so alle DIN A4-Zettel schön in Notepad-Style ausgedruckt. Und man ist die dann abgehakt. Ist man dann durch die ganze Welt gegangen. Früher gab's doch in den Anleitungen immer noch hinten so zwei, drei leere Seiten mit Notizen. Ja. Die nie jemand genutzt hat. Habt ihr euch da jemals selber irgendwas reingeschrieben? Oh doch, ich hab Karten gemalt und alles. Weil ich hab damals ja auch, wenn ich mal rankam, Videospielmagazine und Komplettlösungen und so gelesen, die damals Leute geschrieben haben. Aber ich war ja noch weit weg davon, so was selber zu machen. Aber ich hab dann halt immer versucht, mir das so selber aufzuschreiben und selber quasi so kleine Komplettlösungen zu schreiben, die natürlich nie das Niveau hatten von einem Videospielredakteur damals. Aber es war halt so, man hat sich ganz anders in diese Welten reinbegeben und hat ganz anders ... Ja, es war ja auch noch, bevor ich irgendwie Internetzugang hatte. Aber ja, ich erinnere mich noch, dass ich da so Karten für mich selber gemalt hab. Und keine Ahnung. Ja, das war echt auch eine Zeit, wo man noch ... Also ich finde, das ist die größte Auszeichnung, die man machen kann, wenn man sich für so ein Videospiel selber was aufmalt. Ich hab das damals für Metroid auf dem NES mit dem Kumpel, der mein Nachbar auch war, haben wir zusammen so einen Karten ... Da gab's nämlich beim ersten Metroid noch keinen Automap. Da haben wir die selber sozusagen aufgemalt, welcher Raum nach welchem kommt und so. Das war megageil. Das war so ein Riesen ... Das waren immer DIN A4-Blätter, die aneinandergeklebt wurden, die wir dann so zusammengeklappt haben. So eine richtige Map, die du dann aufklappen konntest. Aber das hat mega geholfen. Also ohne das hätten wir das Spiel wahrscheinlich nie durchgespielt. Ja, das ist eine gute alte Zeit. Und dann kam ja Mario Galaxy. Hab ich was? Nee, hab ich eins weg. Ach so, wir müssen erst mal Werbung machen. Wir machen nämlich ganz kurz Werbung. Und dann reden wir über Mario Galaxy. Für mich immer noch einer meiner absoluten Favorite-Mario-Titel. Aber jetzt gibt's erst mal kurz ein Spot, und dann sind wir gleich zurück. Und dann sind wir gleich zurück. Wie, Almost Daily. Willkommen zurück zu Almost Daily. Wir reden über 35 Jahre Klempner-Tum in Videospielen. Super Mario bringt die ... Äh, Super Mario bringt's nicht raus, aber Nintendo bringt die Super Mario Collection raus, auf die sich schon viele gefreut haben. Wurde vor ein paar Wochen in der Nintendo Direct angekündigt. Unter anderem auch dabei Super Mario Galaxy 1. Was ein fantastischer Mario-Ableger ist. Ich hab aber manchmal das Gefühl, dass die Galaxy-Teile irgendwie ein bisschen unterm Radar sind. Findest du? Also, ich glaube, von allen Leuten, die die gespielt haben, da sind die in der Regel immer ganz weit oben zu finden. Also, ich find beide Spiele hervorragend. Ich versteh nicht ganz, warum Teil 2 nicht dabei ist, weil der nicht signifikant schlechter ist. Ja. Aber generell, also, beide Teile sind so großartige Mario-Spiele. Ich würde auch sagen, das sind, ähm, objektiv betrachtet, ist das das beste Spiel der Collection. Ähm, deutlich besser für mich persönlich als Mario Sunshine. Ich bin leider nicht so ein großer Fan von Mario Sunshine im Allgemeinen und auch nicht davon, wie es gealtert ist. Aber das für sich betrachtet, Galaxy ist keinen Tag gealtert. Wenn du das heute spielst, das ist immer noch genauso geil. Es ist vor allen Dingen auch ein wahnsinnig kreatives Mario, weil man auch da natürlich, und das muss man Nintendo ja wirklich hoch anrechnen, dass sie auch immer wieder versuchen, im Mario-Kosmos was Neues reinzubringen. Ähm, fast immer zumindest, von jedem Teil, also großer Mario-Teil. Und auch bei Mario Galaxy diese Planeten und dieses Spielen mit der Anziehungskraft und mit dem um die Planeten rumlaufen und so, auch da hab ich mir am Anfang gedacht, wie soll das denn irgendwie gescheit funktionieren? Aber es macht unglaublich viel Spaß. Es hat auch tatsächlich, das muss man auch Nintendo, finde ich, hoch anrechnen, dass sie's geschafft haben, die Wiimote so einzubauen, dass dir das auch Bock macht, wenn du dich dann so wegflickern kannst und so. Das hat dann auch irgendwie Bock gemacht. Da bin ich mal gespannt, inwiefern dadurch vielleicht auch was verloren geht auf der Switch. Ich weiß noch, ich fand's ganz lustig damals. Ich hab Galaxy so viel gespielt und hab dann direkt im Anschluss mal Mario 64 noch mal eingelegt. Und da merkte ich dann, dass die Steuerung so intuitiv ist, als ich dann Mario 64 gespielt habe und dann trotzdem den N64-Controller geschüttelt habe. Also, ne, weil du bei Galaxy machst ja immer den Flick, damit du dich noch mal drehst. Und als ich dann Mario 64, dann hab ich den Controller geschüttelt und es ist nichts passiert. Dann hast du so, okay, es ist schon direkt in Fleisch und Blut übergegangen, wie intuitiv diese geile Steuerung ist von Galaxy. Das war schon super. Ich hatte da auch ein bisschen Bedenken, Eddie, was die Steuerung angeht, weil das Spiel ja schon relativ prominent die Wiimote eingebunden hat. Du hast es ja in der Regel so mit Wiimote und Nunchuck gespielt und musstest auch viel auf den Bildschirm zeigen, um diese kleinen Sternensplitter einzusammeln und die auch verschießen zu können. Das kannst du, du kannst es mit zwei Joy-Cons halt logischerweise spielen. Dann ist es exakt identisch, nur dass du halt keine, du brauchst die Sensorbar vorne nicht, weil das auch so erkennt, wo du quasi, wie du das Ding gerade hältst. Oder du kannst es auch mit einem Pro-Controller spielen. Das geht erstaunlich gut tatsächlich, weil du hast dann quasi auch den Zeiger einfach auf dem Bildschirm. Du musst so ganz leicht quasi den Controller bewegen, um diesen Zeiger zu bewegen und damit zu zielen, wo du hinschießen willst. Das geht aber sehr gut. Ich hatte da nämlich echt auch Bedenken, dass man das Spiel schnell auch ein bisschen anstrengend oder nicht so funktional gestalten kann, wie es auf der Wii war. Aber das geht sehr gut tatsächlich. Das Einzige würde ich sagen, es ist nicht perfekt als Handheld-Spiel geeignet, weil du da natürlich die Joy-Cons ja logischerweise an der Switch hast. Und da kannst du nicht, um zu zielen, die Switch selber bewegen, sondern du musst quasi auf den Bildschirm tippen, um da irgendwo diese Splitter hinzuschießen. Das ist ja eher so optional. Du musst es selten nur benutzen, diese Splitter irgendwo hinzuballern, weil du kannst damit Gegner betäuben und so. Es geht schon, aber ich würde es eher tatsächlich auf dem Bildschirm spielen. Okay. Also geht schon klar als Handheld-Spiel. Man merkt aber, dass es dafür nicht designt wurde ursprünglich. So ging es mir aber bei Odyssey auch schon, fand ich. Also Odyssey habe ich auch am liebsten mit den Wiimotes in der Hand gespielt. Klar ging es auch mit dem Pro-Controller und so, aber Mario Odyssey immer am liebsten mit den Wiimotes in der Hand. Ja, das ist ähnlich, weil da den Ruf werfen oder so irgendwelche Geschichten. Ja, mich hat Odyssey aber enttäuscht, was die Entwicklung angeht im Gegensatz zu Mario Galaxy damals. Weil das war für mich auch ein großer Schritt. Ich habe auch Mario Galaxy 1 und 2 super gerne gespielt. Damals so im, ich sage jetzt mal, lokalen Koop, aber nicht, was es anging, diese extra Sternchen einzuzählen, weil da Spieler 2 ein bisschen vernachlässigt wurde, sondern wir haben uns dann halt Level für Level abgewechselt. Aber das waren auch gute Zeiten. Ich finde Mario Odyssey, also es hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass der Innovationssprung war jetzt nicht so ein großer. Also es gab auch da natürlich wie immer geiles Level-Design und gute Ideen und so. Ich habe aber auch gemerkt, dass so nach zwei Drittel des Spiels, also ich war am Ende fast froh, als ich es durch hatte und hatte nicht mehr so den Drang, dann noch irgendwie 300 noch mal in alle Levels zurückzukehren und noch mal jeden Mond zu sammeln. Das sehe ich auch so. Ich finde, das hat da zu viel gewollt, was das angeht. Sowohl bei 64 als auch bei Galaxy wusstest du irgendwie, okay, es gibt genau diese Anzahl an Sternen und es ist eine realistisch zu bekommende Anzahl. Und bei Odyssey, das war so inflationär voll mit diesen Monden. Es gab ja irgendwie, weiß ich nicht, 800, 900 oder so was. Und teilweise waren die auch so beliebig. Also da war keine richtige Aufgabe mit verknüpft, sondern du bist dann halt irgendwo mal um die Ecke gelaufen und dann lag da ein Mond rum. Und dann kam da wieder einer dazu. Und es wurde so, es war so voll geballert damit. Und ich fand dieses überschaubarere Konzept, wo du wusstest, okay, wenn ich 120 oder meinetwegen 240 Sterne oder Sonnen oder was auch immer hab, ist das Spiel durch. Und bei Odyssey hat es mich ein bisschen verloren, weil mir da zu viel drin war in den Welten. Das sehe ich ganz genauso. Also es verliert ja dadurch auch ein bisschen, verliert dieser Mond, den du da sammelst, dann auch an Wertigkeit. Weil du es schon sagst, für manche musst du richtig krasse Stages machen und für manche musst du irgendwie eine Kiste kaputthauen und der ist da drin. Und die Werte, aber im Prinzip sind sie als Währung beide gleich viel wert. Und das ist so ein bisschen, ja, fand ich. Es hat ihm trotzdem viel Spaß gemacht, aber es war nicht perfekt, ja. Also ich fand auch, es ist auf jeden Fall inflationär genutzt. Es war viel, man muss sich bei Odyssey seine Herausforderungen selber suchen. Ja. Irgendwie, es gibt halt schwere Sachen, die auch Spaß machen. Du kannst aber letztendlich ohne jemals einmal herausgefordert zu sein durchs ganze Spiel durchkommen. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich fand aber, also zum einen passt das natürlich aber auch total zu, wie Nintendo sich 2017 aufgestellt hat. Das ist ja wie bei Breath of the Wild auch. Du hast diesen Faktor von, du hast die Switch unterwegs und du holst mal eben einen Mond zwischendurch, so wie du bei Breath of the Wild mal eben einen von diesen Tempeln machen kannst. Deswegen haben die einfach Content reingehauen, dass du das mal eben zwischendurch anschmeißen kannst und spielen kannst und immer was zu tun hast. Darauf haben sie es halt ausgelegt. Ich fand den Schritt bei Odyssey aber insofern ganz geil wieder in die Richtung, was mir bei Sunshine vor allen Dingen gefehlt hat, aber bei Galaxy auch noch, dass du halt bei Mario 64 war es so geil, du gehst in die Welt rein und kannst dir dann aussuchen, was du machst. Also es gibt halt irgendwie diese sechs Sterne pro Welt, du gehst rein und suchst dir halt diesen einen Stern raus. Und das hat sie bei Odyssey auch wieder. Du bist in dieser Welt und dann läufst du halt rum und findest was, es ist mehr dieses Entdecken. Wohingegen bei Sunshine und Galaxy war so klar, das ist die Aufgabe, das ist das Level, mach das Level fertig. Und da fand ich den Schritt bei Odyssey wieder ganz geil, dass es ein bisschen offener wurde. Ja, du konntest ein bisschen mehr erkunden, ein bisschen mehr auch entdecken. Ich fand aber zum Beispiel diese Manhattan-Welt, das hat mich ein bisschen nachfällig, ich träume da manchmal noch von nachfällig. Also das war ein richtiger Kulturschock in so einer Mario-Welt, dann weiß ich bis heute nicht. Also da muss doch jeder Art-Designer oder was auch immer, muss gefeuert werden. Wie das aus allem rausfällt, was Mario jemals gemacht hat. Und da hilft es mir auch nicht zu sagen, ja, aber die kommen aber ursprünglich aus Manhattan. Ja, Alter. Ich hatte ... Aufwärts mit solchen rationalen Erklärungen für so eine hässliche Welt. Ich hatte das in abgeschwächtere Form, auch mit anderen Elementen, zum Beispiel diesem super realistisch aussehenden Dinosaurier. Und ich dachte, hä, das passt überhaupt nicht hier rein. Ihr habt einen Yoshi und hier habt ihr einen echten T-Rex irgendwie rumlaufen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich hab noch mal eine persönlich motivierte Frage an Matthias, gerade an der Stelle, wo du eben gesagt hast, dass man sich bei Odyssey selber seine Herausforderungen stricken muss. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Du bist ja ... Ich schäme mich nicht, das zuzugeben, dass du mich ja mal in Mario Maker derbe vernichtet hast auf dem Sender. Wann, mit welchem Spiel hat es denn bei dir angefangen, sozusagen, ich möchte auf extrem hohem Niveau Super Mario spielen können? Und ist das was, was du nur bei 2D-Marios machst? Oder würdest du bei 3D-Spielen auch sagen, dass du da ähnlich krass unterwegs bist und dir alle Profitechniken aneignest? Und wie ist das genau, wenn man auf so hohem Niveau Mario spielt wie du? Also so richtig ... Das wirklich hohe Niveau würde ich wirklich bei mir nur bei Super Mario World mittlerweile anberaumen. Ich glaube, ich habe das aber auch nie in der Motivation gemacht, so von wegen, ich will jetzt das Krasseste werden. Es waren nur die Mario-Spiele, haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Gerade Super Mario World war so am Anfang, das war das Spiel, was man halt immer da hatte, was man immer wieder einlegen konnte. Und dadurch habe ich einfach so viele Spielstunden reingepackt, dass dann der Skill automatisch kam. Und so war es dann bei den 3D-Spielen nachher auch. Also ich habe Sunshine halt so, ey, das ist ein Mario-Spiel, also spielst du das zu 100% durch und dann spielst du das auch viel und Galaxy dann auch. Und es macht halt Bock und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin da nie mit dem Anspruch rangegangen, ich will jetzt der krasseste Crack sein. Das hat wirklich erst so in den letzten zwei Jahren angefangen, als ich dann jetzt mit Kaizo und Speedrun und so weiter angefangen habe. Deswegen bei Odyssey habe ich bis jetzt auch noch sträflich vernachlässigt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es da Herausforderungen gibt und ich trau mir das irgendwie zu. Ich habe da aber auch noch hier Dark Side of the Moon und was es da alles noch gibt, ist noch auf der Liste für demnächst mal. Aber ja, es kam so von alleine. Aber du rechnest dir gute Chancen aus, zum Beispiel wenn jetzt, um da mal kurz von der Collection wegzugehen, es erscheint ja auch dieses Super Mario 35 Anfang Oktober, da rechnest du dir wahrscheinlich ganz gute Chancen aus, oder? Ich habe ein bisschen Bock drauf. Erklär doch mal, was das ist. Das ist quasi Super Mario Bros. 1 für 35 Spieler gleichzeitig, so ähnlich wie dieses Battle Royale Tetris, was sie hatten, wo du quasi, wenn du Sachen benutzt oder einsammelst oder Gegner tötest, dann erscheinen die bei einem anderen der Mitspieler in dessen Mario-Spiel wieder. Und ja, es geht halt mit 35 Spielern so lange, bis nur noch einer existiert. Das ist, glaube ich, so ein Hoodie, was jetzt zum Mario Geburtstag kommt, soll nur ein halbes Jahr laufen. Wie ein 2D-Fall-Guys. Kein schlechter Vergleich. Ja, aber man ist nicht in derselben Map. Genau, letztes Jahr gab es nämlich schon mal so ein Fan-Projekt, so ein, konntest du runterladen, das hieß, glaube ich, Mario 99 oder Mario 100, wo wirklich auch Super Mario Bros. random generierte Level waren, aber alle Spieler gleichzeitig sich gegenseitig auch töten konnten. Also, wenn der einen Panzer geworfen hat und die anderen Marios getroffen hat, sind die auch gestorben. Also, das war wirklich das Battle Royale. Das wurde dann halt irgendwann von Nintendo downgeschattet, um das Wort mal zu benutzen. Deswegen, aber jetzt wundert es einen natürlich nicht, warum sie das gemacht haben, wenn sie jetzt ihr eigenes Battle Royale-Ding rausgebracht haben. So richtig hohe Chancen rechne ich mir da aber eigentlich ehrlich gesagt nicht an, weil Super Mario Bros., also, wenn sie die Steuerung jetzt wieder angepasst haben auf heute, dann könnte es klappen. Aber ich habe im Zuge meiner Speedrun, gucke ich mal, welche Spiele ich danach vielleicht angehe, habe ich mal Super Mario Bros. ausprobiert. Und das ist noch so schwer für mich. Das ist noch mal so ganz andere Steuerung und so ein bisschen rougher. Da hatte ich echt Probleme. Also, ich glaube, wenn da wirklich die Internet-Cracks, die sich da irgendwie in das Battle Royale reinfuchsen, ankommen, werde ich da wahrscheinlich auch nicht so große Schritte machen. Aber ausprobieren. Ich habe auch Bock drauf. Also, das ist ja was, womit man mich überhaupt nicht ... Also, ich gucke mir das gerne an. Ich finde auch Kai so ein super Format bei uns auf dem Sender. Ich gucke euch da gerne zu. Aber das ist was, wo ... Da kriege ich schon die Krise, wenn ich nur dran denke. Diese komischen Mario-Level, wo du auf irgendwelchen Spikes jonglieren musst und sicheln und Schildkröte, da kriege ich Schweißausbrüche. Weil ich bin eigentlich der schlechteste Jump'n'Run-Spieler, den man sich nur vorstellen kann. Deshalb habe ich früh angefangen, Rollenspiele zu spielen. Und zwar rundenbasiert, wo ich schön viel Zeit lassen kann. Und es ist schön einfach, das ist ein Eisgegner, den mache ich mit einem Feuerzauberspruch. Das funktioniert. Und das hat sich über Jahre hin bewährt. Und wenn's mir zu schwer wird, dann battle ich zwei Stunden im Gras, bis ich overpowered bin, und dann geht's weiter. Da braucht man gar keinen Skill. Aber Dark Souls ist doch jetzt auch nicht rundenbasiert. Nee, aber Dark Souls ist jetzt ein ganz anderes Thema. Weil Dark Souls ist was anderes. Aber bei Dark Souls, wenn Dark Souls zum Beispiel Sprung ... In manchen Dark Souls gibt's ja mal so Sprungpassagen oder so. Das hasse ich, wie die Pest. Also überall, wo du präzise springen musst. Erinnert euch, warum ich das Metroid Prime abgebrochen hab, auf diesem Sender? Weil ich an einer Stelle nicht mehr weitergekommen bin, weil man da springen muss. Wo die Leute mir danach gesagt haben, Alter, Eddie, was ist los mit dir? Noch nie ist jemand an dieser Stelle nicht weitergekommen. Du musst doch einfach nur auf die Plattform springen. Und ich hab eine ganze Folge damit verbracht, auf die Plattform zu springen. Das ist tatsächlich nicht so einfach bei Metroid Prime. Ja. Ich würde es so gern lieben. Das ist ein anderes Thema. Aber ich würde es so gern lieben. Aber ich versuche es ... Seit wann ist es rausgekommen? Seit 20 Jahren versuche ich, Metroid Prime zu lieben. Und es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht mit der HD-Collection, die ja eventuell demnächst mal vielleicht kommt. Ja, wenn es sich endlich mal einigermaßen Shooter-mäßig steuern lassen würde. Oder sie machen es konsequent und machen es Third Person und du kannst es dann einigermaßen gescheit spielen oder so. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Es funktioniert ja schon. Ich will nicht über Metroid Prime reden. Ich glaub, ich würd mal gerne zur Collection wieder zurückspringen. Weil ich hab das Gefühl, wir haben schon über Mario 64 viel gesprochen, über dessen Status und darüber, wie geil Mario Galaxy ist. Aber bei Mario Sunshine ... Ja. Ich glaube, Eddie ... Also, ich hab ja schon gesagt, ich mag das nicht so gern. Es ist ein okayes Spiel, aber als Mario ist es eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Du magst es, glaub ich, gar nicht. Ich mag diese ganze Mechanik, wie diesen Wasserpropeller. Ist für mich schon Anti-Mario irgendwie. Das hat mir schon nicht gefallen. Ich mochte auch diese knuddeligen, komischen Inselbewohner. Finde ich auch furchtbar. Die find ich auch nicht geil. Und es gab ... Also, ich hab's, ich muss dazu sagen, ich hab's jetzt auch nicht übermäßig gespielt. Ich bin mir sicher, es gibt auch in Mario Sunshine richtig gute Passagen. Dafür sind die Leute, die an so einem Spiel sitzen, einfach auch viel zu gut. Aber ich hab schon in meinen fünf, sechs Stunden, die ich's gespielt hab, mindestens 20 Situationen gehabt, wo ich's Joypad am liebsten in die Ecke gepfeffert hätte. Weil du auf irgendwelchen Seilen balancieren musst. Und dann fällst du runter. Und dann musst du wieder den ganzen Weg hoch. Und dann ist das Wasser leer. Und du musst es wieder auf. Und das hat für mich nie diesen Mario-Flow gehabt. Und für mich sind Mario-Spiele, waren immer in erster Linie purer Spielspaß. Das lieb ich so an Mario Galaxy. Da flowst du so durch und es ... Dauernd gute Ideen. Es ist zwar auch mal schwer oder mal anspruchsvoll, aber du hast ständig diesen Mario-Flow. Du hast ständig dieses Gefühl von Progress. Und es passiert was und so. Und bei Mario Sunshine hat sich extrem viel nach Arbeit für mich angefühlt. Und dazu eben dann auch die Grafik, die mir nicht so gut gefallen hat. Die Steuerung, ja, hat dann insgesamt ... War's dann einfach ein Mario-Titel, der mich nicht so becatcht hat einfach. In der Summe. Aber ey, ich will's auch niemandem ... Und jetzt dann hab ich natürlich noch dieses Unspielbar gehabt bei Game One. Das hat dann natürlich ... Da muss ich wirklich sagen, mit dieser Kategorie ... Also diese Rubrik ist ja eh so schlimm. Die kann dir ja wirklich den Spaß an Videospielen nehmen. Ja. Ja, wirklich. Du weißt es, ne? Also, ich hab dir ja bei Dark Souls ... Du hast Dark Souls gemacht, ne? Ich hab Dark Souls gemacht, ja. Und ich hab auch nur gedacht, ihr macht ihr das Spiel kaputt, wenn ihr sie direkt vor so einen Gegner setzt. Und sie hat gar keine Ahnung von allem, von der Steuerung, von wie man sich bewegen muss. Das ist gemein einfach nur, ne? Ja. Also, Mario Sunshine ist für mich für immer verbrannte Erde jetzt. Verbrannt. Also, ich würd's sagen, ich würd mich lieber in ein Jump'n'Run mittlerweile reinfuchsen auf nem höheren Niveau als jetzt bei nem Souls-like mittlerweile. Aber ja. Zurück zu Mario Sunshine. Das ist für mich tatsächlich auch der 3D-Teil, den ich am wenigsten gespielt habe und den ich mit der Collection nachholen will. Deswegen will ich da jetzt gar kein so fundiertes Urteil drüber treffen gerade. Ich weiß gar nicht, es wird viel gehatet. Ich versuch da aber so ein bisschen nüchterner ranzugehen. Ich glaube, da war auch viel mit der Erwartungshaltung. Also, mich hat er damals auch echt enttäuscht, weil ich halt, wie ich auch schon gesagt hab, dieses Offene total vermisst habe. Mario 64 war so dieses geile Ding. Und dann kam halt Sunshine mit diesem weirden Fokus. Und was Eddie schon sagt, das sind schon einige Sachen, die echt nicht so geil waren. Und Mario Sunshine hat definitiv ein paar Stellen, die richtig ätzend sind. Ich kann mich nur an den Rote Münzen-Sandvogel erinnern oder auch die Unspielbar-Szene, die wir hatten. Da sind schon richtige Kack-Szenen drin. Ich glaube aber, wenn man es so ein bisschen losgelöst von seinem Umfeld betrachtet, ist es so ein bisschen der weirde Cousin am Rand. Das ist immer noch ein gutes Spiel. Es ist so ein bisschen das Dark Souls 2. Es ist halt immer noch ein gutes Spiel, aber er macht halt vieles anders, hat mal was anderes probiert, was alles dann nicht so ganz funktioniert. Es ist immer noch ein gutes Spiel. Aber ja, wenn man es halt im Vergleich sieht, Mario Sunshine ist der schwächste 3D-Titel. Das muss man, glaube ich, so sagen. Glaubt ihr denn, dass Galaxy 2 extra nicht drin ist, damit sie noch eine Collection machen können? Vielleicht. Irgendwie wirkt es für mich ein bisschen kalkuliert, dass Galaxy 2 nicht da drin ist. Das hätte ja sicherlich noch vom Speicherplatz draufgepasst. Ich könnte mir vorstellen, dass das als DLC noch dazukommt oder so. Weil noch eine Collection, das wäre dann wieder 3D World, was sie ja dann jetzt gerade extra rausbringen. Und dann den anderen Wii U-Teil gibt's ja auch schon als Remaster für die Switch. Also, ich glaub nicht, dass es noch mal eine Collection wird. Ich glaub, der wird dann, wenn du noch mal einzeln nachgereicht. Was ich auch ... Ich find's auch komisch. Aber ich find auch komisch, dass die komplette 3D-Collection ja jetzt auch nur zeitlich begrenzt ist. Also, sowohl digital als auch als Retail-Version ist ja auch nur bis März erhältlich, glaub ich. Also, das glaub ich, dass sie das definitiv noch kippen werden. Die Leute werden so sauer sein, wer sich irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr eine Switch kauft, dann heißt es so, nee, das Mario, das gibt's nicht mehr. Warum? Wo ist der Sinn? Naja, weil das Zeitraum, das Zeitfenster für dieses Mario-Jubiläum definieren sie offiziell bis Ende März 2021. Das heißt, dieses Mario 35, dieses Battle-Royale-Ding, läuft auch nur bis dahin. Das ist ein reines kostenloses Online-Spiel, was es nur bis dahin dann gibt für die Switch. Und bei der Mario-Collection heißt es auch, die gibt es nur bis zum 31. März. Danach gibt es keine neue Retail-Version mehr und im E-Shop nehmen sie es wieder raus. Und es gibt halt keinen nachvollziehbaren Grund, warum du das machen solltest. Es führt zum einen nur dazu, dass Leute superpiss sein werden. Es führt dazu, dass alle Scalper jetzt zum Start das Spiel 100-mal kaufen werden bei Saturn und Mediamarkt Amazon und bei allen anderen Händlern, wo man's auch kaufen kann, um hier keine Werbung zu machen. Und dann später, nächstes Jahr im Sommer sagen, hier für 200 Euro kannst du ein Exemplar von dem Spiel haben. Das kommt ja da Quatsch. Ich versteh nicht, warum man so was macht. Und das spricht leider für mich auch gegen diese DLC-Idee, weil für ein Spiel, was eh nur sechs Monate auf dem Markt sein soll, wirst du nicht in vier Monaten ein DLC veröffentlichen. Ja, aber sie könnten das Spiel vielleicht noch mal für 1999 irgendwann dann noch mal im E-Shop oder so rausbringen. Einzel. Ja, vielleicht bringen sie die Spiele alle danach einfach einzeln in den E-Shop. Aber dann hast du's halt schwer, an irgendjemandem noch Super Mario Sunshine anzudrehen. Was ist denn mit einer Zelda-Collection? Sorry, Sarah. Was würde sich ja auch anbieten? Eins, zwei und drei? Würde ich sofort kaufen. Fällt der Geburtstag nicht auch jetzt in dieses Jahr, der 35? Nächstes Jahr. Das kam ein Jahr später raus, also 86. Ich denke, das wird dann nächstes Jahr, war dann 35 Jahre, werden sie dann da bestimmt auch machen. Dann kommt nächstes Jahr die Zelda-Collection. Zelda-Maker ist ja auch schon länger angemacht. Ja, da glaub ich auch nicht dran. Und ein paar klassische Zelda-Teile gibt's ja jetzt schon auf der Switch in diesen NES- und SNES-Collections quasi zum Online-Zocken. Ich glaub, den Dungeon-Maker, wovon ja viele reden und so, ich glaube, das haben sie auch ein bisschen ausprobiert mit dem, wie heißt das, Link's Awakening Remake. Da gab's ja auch den Dungeon-Maker irgendwie schon so. Der war aber nicht so wirklich was, also der hat ja nicht wirklich Sinn gemacht in dem Sinne. Du konntest die Dungeon nicht teilen, nur wenn du sie auf ein Amiibo lädst, dann kannst du sie einem Kumpel geben. Du kannst hier keine Dinger runterladen, du kannst irgendwie nur die Teile, die du findest, irgendwie zusammenbauen. Also, ich glaub, das war so ein erster Versuch. Und da der gefloppt ist, ich glaub nicht, dass es einen Dungeon-Maker gibt. Das war halt wirklich ein ganz komischer Versuch. Ich hätte schon Bock, wenn die Tools ähnlich einfach funktionieren wie bei Mario Maker, so ein komplettes Zelda zu bauen, wär ja schon irgendwie nicht schon geil. Weiß nicht, ob man's dann wirklich macht, ist dann auch schon irgendwie auf dem ... Aber worauf ich ja eher erwarte, ist ein Mario Kart-Maker, dass man sich mal seine eigenen Strecken bei Mario Kart bauen kann. Auch das, aber ich wollte grade sagen, da sind wir wieder bei den Maps, die Ede als Kind quasi gemalt hat. Da kann er sich dann Dungeon bauen. Aber im Prinzip ist das ja das, was beim PC die Modder so ein bisschen sind. Und man merkt ja durch Mario Maker, was da, wenn du das mal als eine Mod siehst, was da an Content bei rumkommt. Und das ist schon so eine Schatulle, die Nintendo und generell Videospiele noch mehr öffnen können. Weil die die Langlebigkeit eines Spiels halt unfassbar verbessern. Weil Cyberpunk soll ja auch viel modbar sein. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch auf Konsolen sein wird. Aber wenn man sich Skyrim anguckt und vergleicht, wie das durch diverse Mods heutzutage aussieht mit dem Release, da fallen einem ja die Augen raus. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, Nintendo hat ja leider diese komische Einstellung zu, die sagt, nee, ihr macht euch die Spiele kaputt. Wenn ihr Mods macht oder die Spiele verändert, dann habt ihr ja nicht so viel Spaß, wie ihr mit der Originalversion, die wir für euch gemacht haben, haben könntet. Deswegen gehen die ja gegen Hacks vor, gegen Mods. Und die sind da ja sehr, sehr geschlossen. Also, die dulden ja auch diese ganze Hacks-Szene und so weiter. Mario Maker ist ja ein Zugeständnis dazu, weil sie wissen, okay, ihr habt da Bock drauf. Aber trotzdem gehen sie immer wieder gegen Mods und ähnliche Sachen vor. Das ist ja diese komische Aussage, die mittlerweile so ein bisschen als Meme in der Szene benutzt wird. Ja, es ist eigentlich komisch, weil es stimmt ja einfach nicht. Es ist ja eine Behauptung, die nachweislich einfach nicht stimmt. Und du könntest ja auch, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass das stimmt, obwohl es nicht stimmt, könntest du es ja dann einfach zeitversetzen. Dann machst du es halt ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Release öffnest du es für Modder oder so, wo du sagst, okay, jetzt haben alle die Singleplayer. Und dann kannst du das Spiel ja sogar dann noch mal neu richtig durchstarten, weil Leute sich's dann vielleicht noch mal kaufen, weil's dann irgendwie plötzlich geile Mods oder so gibt. Aber wenn man sich mal überlegt, dass Spiele wie, weiß ich nicht, Dota, Counter-Strike und Co. alles als Mods angefangen haben, ist das ja schon eine Ansicht, die ja einfach überholt ist. Ja. Apropos überholt, wir haben noch nicht über Mario Kart gesprochen. Das ist mir auch eben eingefallen, als Matthias diesen Mario Kart Mega angesprochen hat. Wie steht ihr zu dem Mario Kart Home? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte erst so, ja, ist halt nett für Kinder. Aber tatsächlich, das Konzept ist schon irgendwie ganz geil. Das ist natürlich teuer. Wie funktioniert das? Ich versteh's nicht. Du baust da diese Lichtschranken im Kinderzimmer auf? Und das reicht? Naja, die Autos haben oben so was drauf, was das dann quasi lesen kann. Aber du steuerst die Autos wirklich? Also, das sind ferngesteuerte Autos? Genau. Und die haben eine Kamera und du siehst auf dem Display quasi, was das Auto sieht. Aber steuert sich dann das Auto so wie das ... Also, Mario Kart hat ja eine ganz besondere Art und Weise, wie man's spielt, mit den Slides und so weiter. Das können die ja nicht ins haptische 1 zu 1 umsetzen. Und das ist halt die Frage, wie's sich noch steuern wird. Aus dem Trailer hat man schon so ein paar Sachen gesehen. Also, es gab auf jeden Fall mal so ein kurzes Ding, wo ich dachte, okay, das sieht aus wie ein Slide. Es gibt auf jeden Fall die Pilze, die einen Boost geben. Auch wenn du von einem Panzer getroffen wirst, bleibt das Auto halt kurz stehen. Also, die scheinen da schon auf die Mario Kart-Mechaniken hinzugehen. Wie sich das nachher spielt, muss man dann rausfinden. Ja, was ich halt ... Also, der Trailer ist natürlich super krass idealisiert einfach. Ich frag mich, wie verhält es sich mit ... Können diese Cars miteinander kollidieren? Und was passiert dann, wie robust sind diese Dinge? Oder auch wenn du halt ... Wir haben ja gesehen, dass es auch Turbopilze gibt, wie du eben auch schon sagtest. Wenn dann so ein Ding mal mit 20 kmh bei dir vor die Wand zu Hause fährt, was damit dann passiert. Und das kann, glaub ich, zu echt vielen Problemen oder zu Verstimmungen führen, weil so ein Teil kostet 130 Euro, so ein Start-Up-Kit. Ja, vor allen Dingen auch, es reicht ja schon, wenn das Auto ... Wie ist das, wenn das Auto außerhalb der Strecke ist und dann quasi sozusagen aus dem Augmented Reality rausfährt? Muss ich dann immer hinrennen und das Auto wieder wie bei einer Karrierabahn auf die Strecke setzen? Das würde ja schon den Gameflow erheblich schwächen. Ja, aber es wär schon schlau, wenn sie das so programmieren würden, dass wenn das Auto, wenn die Kamera erkennt, dass es außerhalb der Boundaries ist, es sofort stehen bleibt und nicht mehr fahren kann. Das wär schon eine krasse Technologie. Naja, gut, es muss ja nur ... Theoretisch, die Kamera müsste ... Also, es müsste irgendwie erkennen, okay, da sind die Streckenbegrenzungen links und rechts. Und wenn das Kart darüber fährt, dann ist sofort Ende. Es müsste für die Kamera ja möglich sein, immer diese Streckenbegrenzungen im Auge zu behalten. Die Strecken dürfen wahrscheinlich nicht fünf Meter breit sein oder so. Ich glaube, die haben eine feste Breite. Also, es gab ja dieses Lakitu, der die Farbe auf das Kart schüttet. Und dann fährt er ja, glaube ich, dann die Strecke ab. Und ich glaube, die Breite ist immer fest. Und so kannst du dann deine eigenen Routen erstellen. Ich glaube, das größte Problem ist aber nur, was du ja schon sagst, ich glaube, niemand wird genug Platz zu Hause haben, um das überhaupt spielen zu können. Also, ich würde das total gerne spielen. Aber wer zum Teufel hat denn einen Raum zu Hause, wo er so viel Platz hat, dass er da mit zwei Karts wirklich eine vernünftige Strecke fahren könnte? Ich hab gedacht, wir machen das immer hier in der Firma dann. Ich hab schon mal veranlasst, dass hier das Bundesliga-Set abgerissen wird. Da kommt eine Mario Kart-Strecke hin. Fände ich geil. Bin ich dabei. Aber das erinnert mich so ein bisschen an diese, wie heißen diese Papp-Roboter-Geschichten von Nintendo? Ach so. Ja, Labo. Lago? Labo. Labo. Genau, Nintendo Labo. Was wir halt auch hatten. Und das hat halt genau eine halbe Stunde Spaß gemacht, ne? So eine tolle Idee. Und es hat sogar einigermaßen funktioniert. Aber es hat halt genau eine halbe Stunde Spaß gemacht. Und dann wollten die Kids wieder Minecraft spielen. Also, es ist auch so, manchmal hast du so eine Idee, und die hört sich dann geil an, und die lässt sich in einem Meeting geil präsentieren. Und dann kommt so ein hochpolished Nintendo-Werbespot raus, wo jeder dann sagt, boah, Nintendo, die sind aber echt immer kreativ und so. Aber, ey, Nintendo bei aller Liebe, und ich schätze sie dafür, dass sie immer wieder die Grenzen ausloten und neue Sachen probieren, da ist auch oft viel Crap dabei, der sich in der Realität nicht wirklich, finde ich, dann so hundertprozentig durchsetzt. Also, wo du sagst, geile Idee, aber glaubt ihr wirklich, dass Leute regelmäßig dann zu Hause die Dinger aufbauen? Du hast einfach, Mario Kart ist halt schon perfekt. Das ... Der Gag ist nach einer halben Stunde durch. Ich glaub halt auch, dass die meisten Leute den Platz halt nicht richtig haben, weil die meisten Leute haben halt leider keine Wohnungen wie in den Werbespots, wo das Wohnzimmer 60 Quadratmeter groß ist, sondern die wohnen in einer Drei-Zimmer-Wohnung und alles ist vollgeräumt im Kinderzimmer. Das wird schwierig sein. Aber ich find es spannend. Und draußen wirst du's ja auch nicht einsetzen können. Was? Draußen wird man's ja wahrscheinlich auch nicht einsetzen können. Das wird ja irgendwie WLAN haben oder so. Aber ich find's sehr viel interessanter als Labo damals. Und Labo war ich nie so angefixt, und ich würd mir das Mario Kart auf jeden Fall mal angucken und vielleicht da auch mal ein Set bestellen. Um das mal auszuprobieren. Ja, also zumindest kann man sagen, Nintendo hat wieder mal was komplett Neues gemacht, was kein anderer macht. Das alleine, find ich, ist schon aller ... Hat schon jedes Lob verdient, weil Nintendo einfach wirklich ein kreativer Motor in dieser ja doch oft lahmenden Videospielbranche ist. Wir machen noch mal eine ganz kurze Werbung, dann sind wir gleich zurück und reden noch ein bisschen mehr über den 35. Super Mario-Geburtstag und die letzte Nintendo Direct. Bis gleich. Willkommen zurück bei Almost Daily. Heute steht alles unter Big N, dem großen Stern von Big N und Super Mario, der 35. Geburtstag feiert und in der letzten Nintendo Direct eine tolle Mario-Collection angekündigt hat und noch ein paar andere Sachen. Wir haben ja eben schon über diese ... Wie heißt das? Mario Kart AR? Mario Kart Live. Mario Kart Live? Ja. Okay, was gab's denn sonst noch etwas, was erwähnenswert wäre innerhalb dieser Nintendo Direct? Also zum einen gab's noch diesen kleinen Game & Watch. Das war ja der Opener irgendwie. Also einfach so einen kleinen Handheld, auf dem man jetzt Super Mario Bros. spielen kann. Und ich dachte mir so, ey, du wirst es niemals nutzen. Und das ist eigentlich total überflüssig und das ist ein total lustiges Gimmick, aber irgendwie will ich's trotzdem haben. Es war irgendwie so ein nettes, kleines, süßes Ding. Und einfach die Idee, dass man auf so einem kleinen ... Also ich mein, das ist ja dann wahrscheinlich kleiner als mein Handy, dass ich da dann Super Mario Bros. immer spielen kann. Alter, ich hatte diese Dinge als Kind und das war der Shit, Alter. Das war ... Ich hatte dieses orangene Aufklapp-Ding mit Donkey Kong. Und man kann sich das heute ... Ich kann's mir selber nicht mehr vorstellen, dass mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber ich hab das Stunden gespielt, ey. Das war dann natürlich, als dann irgendwann der Game Boy kam, ist mein Kopf einfach explodiert. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Nee, das war einfach too much, sich das vorzustellen. Weil das war so ein Dimensionssprung zwischen diesen Game-and-Watch-Teilen auf dem Game Boy. Aber das war damals ... Das war eine ernsthafte Unterhaltung. Das war nicht nur ein Gag, den man so aus Nostalgie ... Das war einfach real. Das war einfach wie die anderen Walkman-Hattern, so ein Game-and-Watch-Ding, wo du versucht hast, irgendwie so irgendein Obst in den Korb. Du kennst noch die brennenden Typen, die aus dem Haus fallen mit dem Trampolin. Ja. So ein Boing. Ich fand das auch ganz nett. Ich würd's mir jetzt nicht kaufen. Es ist ein bisschen schade, dass man merkt, Nintendo möchte natürlich gerne jetzt wieder noch so eine neue Retro-Konsole auf den Markt bringen. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, wo sie für 100 Euro einen N64 oder einen Gamecube irgendwie raushauen können. Also als Fortsetzung dieser NES- und SNES-Classic-Geschichte. Und deswegen müssen sie zwangsläufig zurückgehen. Ich hatte ehrlich gesagt, es gab lange Zeit Gerüchte, dass ein Gameboy kommen wird mit irgendwie, was weiß ich, 20 eingebauten Spielen. Ich glaube, das hätten die Leute sehr viel lieber gesehen, weil es ist natürlich auch kein ... Es passt jetzt nicht supergut zusammen. Dieses Game-and-Watch sieht nett aus, keine Frage. Aber das Super Mario Bros. hat darauf nie in der Form stattgefunden. Das waren ja ganz primitive Spiele, wo du eben nur ... Du hast dir nur dafür gesorgt, dass ein bestimmter vordefinierter Bildschirmbereich quasi von aus auf angeschaltet wird, damit da irgendeine Interaktion mit einem anderen Bildschirmelement stattfindet. Das waren nicht Spiele, wie wir die heute kennen oder wie man sie auch vom Gameboy dann kannte. Und das Mario Bros. passt da halt gar nicht drauf im Grunde genommen. Das ist irgendwie eine zusammengepriemelte Kombination aus zwei Sachen, die für sich cool sind. Aber ein Gameboy zum Beispiel wäre schon geiler gewesen, jetzt so was zu sagen, das ist unsere neue Classic-Konsole mit einem geilen Bildschirm. Und hier sind 20 vorinstallierte Spiele drauf. Und davon sind meinetwegen fünf Spiele Mario-Spiele, damit es zu dem Geburtstag passt. Aber ich mein, ein Gameboy ist halt zu Switch-Zeiten, wo du dann auch im E-Shop eine komplette Super NES und NES-Library hast. Ja, wer soll ... Das ist doch auch wieder nur so ein Gag. Ja, aber ist das nicht ... Game & Watch ja auch. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht bei einem SNES-Mini genauso, wenn du sagst, da steht die PS4 daneben? Ja. Ja, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird nicht viel genutzt. Ich hab beide, das NES-Mini und das NES-Mini. Und ich bin auch froh, dass ich sie hab. Aber also, es wär jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass die häufig angeschmissen werden. Das ist schon eher so ... Ich will's halt haben-Ding, ne? Ja. Das NES hab ich original nie ausgepackt. Echt? Da könnte auch nur ein Backstein in dem Karton sein. Ich wüsste es nicht mal. Ich wüsste es gar nicht. Aber hast du nicht auch eine U-Ya bestellt? Zwei sogar. Klar hab ich da. Das war eine. Ich hab Simons beim Zoll abgeholt. Ach ja, so war das, ja. Ja, aber die hab ich dann schnell wieder verkauft. Ich hab meine U-Ya nicht mal mehr verkauft. Ich glaub, ich hab die einfach irgendwo hingelegt und dann vergessen. Da liegt sie immer noch. Ja, an der A3 ausgesetzt oder so. Ja. Ich fand nur den Tweet ganz gut. Ich glaube, es kam von Wirt, so von wegen, hallo übrigens, Sony, Microsoft, Nintendo bringt eine neue Konsole raus. Und das noch dieses Jahr. Fand ich ganz gut. Aber ohne Software ... Ja, gut. Ja, ich würd mir den Game Boy Classic Mini hätt ich mir auch sehr gewünscht. Also, auch einfach retro, diesen alten, grauen Kasten mit 20 vorinstallierten Spielen. Und da muss ich auch sagen, also, Galaxy 2 hat natürlich gefehlt in der kompletten Präsentation. Die hatten ja am Ende auch noch mal so einen Supercut von Mario-Spielen. Was mir aber auch gefehlt hat, war Super Mario Land 2. Das war auch viel besser als der erste. Das war so geil, das Spiel. Das war jetzt mal der ersten Mario-Begegnung. Das hab ich rauf und runter gezockt. Und das haben sie auch so komplett ... Es hat auch für den Game Boy eine richtig geile Grafik. Ja. Nicht so hässlich wie das erste Super Mario Land, was kaum Mario-Spiel war. Ja. Ja. Das hab ich vermisst. Ja, ich finde, da kann man sich noch viele Sachen wünschen. Wir haben's schon ... Die Metroid-Collection haben wir angesprochen. Die Zelda, Zelda-Maker. Nintendo hat eine Menge Eisen eigentlich im Feuer. Erstaunlich, dass sie noch relativ wenig davon umsetzen. Ich hab mal irgendwo gehört, dass die sich auch ein bisschen ... Die wollten ja diesen Nintendo-Park bauen. Und dass das durch Corona natürlich jetzt komplett ins Wasser gefallen ist. Der ist doch fertig oder nicht? Ja, aber der kann sich ja nicht refinanzieren momentan gescheit. Und dass Nintendo ein bisschen wegen Kohle gucken muss, hab ich nur als Gerücht gehört. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit einer ... Du bist doch der Insider hier, Fabian. Was ist denn mit einer geilen Switch-Upgrade? Wo bleibt denn eine geilere Switch? Ich glaub, da hab ich schon mal im Rahmen von einem Mondtalk irgendwie mit Tim und Markus oder so drüber gesprochen. Ähm, es gibt nicht so viel Veranlassung dafür für Nintendo, das jetzt grade zu bringen. Weil die Leute kaufen keine Switch, weil sie geile Technik haben wollen. Und jetzt eine 4K-Switch zu haben, dann hast du eine Riesen-Library, die davon nicht unmittelbar profitiert. Und du spaltest dann den Markt auf, bla, bla, bla. Also ich glaube, es gibt da jetzt noch keine Notwendigkeit, für so ein Ding rauszubringen. Wir werden das sicherlich ... Irgendwann wird's eine verbesserte Version davon noch mal geben. Aber das ist, glaub ich, noch ein bisschen in der Ferne. Und grad ein 4K-Gerät, was dann auch noch portable sein soll, da müsste schon sehr viel zusammenkommen, um da eine signifikant bessere Leistung dann auch noch zu sehen, abseits der Auflösung. Und was ist mit größerer, kleinerer Build, bessere Joy-Cons, Akku-Laufzeit, solche Geschichten? Genau das. Aber das hatten sie doch erst letztens. Also das war ja dann ... Im Zuge der Live kam ja das Upgrade raus, was jetzt halt so kleinere Quality-of-Life-Dinger waren. Aber die heißt jetzt halt auch nur Switch. Ja, aber ich hätte gerne wirklich mal eine verbesserte Version der Joy-Cons noch mal, die man sich extra kaufen könnte und die man vielleicht sogar als gebeutelter User auch so ... Ich weiß, natürlich macht das keinen Sinn. Natürlich refinanziert sich das nicht. Aber ich hab erst letztens meine Joy-Cons eingeschickt. Und das war auch ein netter Service. Und die kamen zurück und die haben genau zwei Wochen funktioniert. Und dann hat er wieder gedriftet. Und jetzt weiß ich einfach nicht. Ich hab auch meine dritten Joy-Cons mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte aber auch zum Beispiel gerne Joy-Cons für Erwachsene und nicht für Mäusehände oder weiß ich nicht was. Weil ich kann mittlerweile ... Ich hab mir so ein Case mit so Hörnchen dran, hab ich mir gekauft, weil ich kann maximal eine halbe Stunde Switch-Handheld spielen, bis ich Krämpfe in den Fingern krieg, weil das so klein ist für meine Hände und so ... Also ich bräuchte größere Abstände zwischen Tasten und Sticks und so weiter. Ich würde mir da mehr Variationen wünschen als die universelle Lösung, die für Fünfjährige und Ausgewachsene. Ich finde auch, als die Switch rauskam, hab ich mir eigentlich auch mehr erwartet. Weil da kann man ja viel mehr mit experimentieren. Also, dass die Light jetzt ein vernünftiges Digipad bekommen hat, aber dass es nicht eine Joy-Con extra zu kaufen gibt mit einem vernünftigen normalen Steuerkreuz. Da hättest du so viel machen können. Dann kommt die Angelrouten Joy-Con raus. Das kannst du ja alles kombinieren. Da hätten sie wesentlich mehr machen können. Da hab ich viel mehr erwartet. Und jetzt hast du halt noch nur die normalen Joy-Cons in verschiedenen Farben. Ja, aber ist die Frage, ob du noch mehr ... Ob sie von der Wii-Ära quasi so ein bisschen gelernt haben, ob du noch mehr Plastik-Controller, die du dann für ein, maximal zwei Spiele nutzen kannst, brauchst quasi. Und ob sich das wirklich ... Ob das wirklich verkauft wird in dem Sinne. Ich muss aber sagen, die Switch ist trotzdem in der aktuellen Generation, würde ich fast sagen, meine Lieblingskonsole. Und auch mit Abstand die, die ich am meisten benutze. Ich bin ein absoluter Switch-Fan, weil ich's auch wirklich liebe, im Bett abends noch ein bisschen zu zocken. Und die Spiele, die ich gerne zocke, funktionieren auch in der Regel auf dem Handheld. Also grad so Strategiespiele oder so Indie-Spiele. Das funktioniert alles für mich perfekt auf der Switch. Das ist eigentlich genau das, was ich gerne zocke. Also, ich ertappe mich schon dabei, wie ich kaum noch die anderen Konsolen anmache. Aber, ähm ... Ja, ich würd dir da prinzipiell zustimmen, was die Qualität dieser Genres und so angeht. Ich find aber schon, das hab ich grade dieses Jahr wieder gemerkt, dass so was PlayStation-Exklusiv-Titeln hat, das kann eine Switch natürlich nicht replizieren, weder audiovisuell noch ... Na, inhaltlich theoretisch schon, wenn die solche Spiele machen würden. Aber ich will halt einfach auch Sachen wie Ghost of Tsushima oder Last of Us und so was spielen können. Und deswegen wäre die Switch jetzt nicht meine alleinige Konsole. Oder die haben beide ihre Vor- und Nachteile, würd ich jetzt für mich mal sagen. Ja, die ergänzen sich halt super. Ich find das bei der Switch mittlerweile ein bisschen ärgerlich, wie nahezu unbrauchbar halt dieser E-Shop geworden ist, weil der halt voll ist mit Crab und mit schnellen Konvertierungen und Cash-Crabs. Von deinen Mobile-Titeln, die darauf lieblos hingestudert werden, bis hin zu irgendwelchen PC-Ports, die nicht optimiert werden im Hinblick auf Schriftgrößen und Ladezeiten. Und halt, die laufen, aber nicht in der Form so, dass du sie eigentlich spielen möchtest. Also, mittlerweile wird halt jeder einfach sein Stück vom Switchkuchen abhaben. Und ich find das eine richtig freudlose Erfahrung, da jetzt jede Woche reinzuschauen und zu sehen, okay, es gibt 41 neue Spiele. Cool, davon sind 39, aber Müll. Ja, grad diese Kyro-Soft-Spiele, die wir, ihr erinnert euch, wir haben ja Game-Death-Story bei Game One früher abgefeiert und so. Und ich hab da sehr viele von gespielt auf dem Handy. Die kosten elf Euro fast im Switch-Shop. Die kosten manchmal drei, das Äquivalent auf dem Handy manchmal drei Euro 50, wo ich mir denke, hä, wie erklärt man, warum? Also, was ist das denn für eine asoziale Preispolitik? Da kann ich dir voll zustimmen. Auf der anderen Seite bekommt die Switch dadurch auch immer so einen leichten Krabbeltisch-Flavor, den ich ganz geil finde, dass du manchmal so in den E-Shop gehst und findest hier irgendein Spiel, von dem du noch nie gehört hast, aber es sieht irgendwie so ein bisschen interessant aus und du kannst dann auch mal für 99 Cent oder für zwei Euro irgendein Spiel schießen, was irgendwie ganz nett ist oder so. Also, es hat auch ein bisschen seinen Charme, dass du so ein bisschen da suchen musst, sag ich mal. Ansonsten die Alternative wäre, dass halt im Monat ein Spiel rauskommt oder so. Ja, so wie es halt bei der Wii U oder so immer war. Genau, ja. Das ist geil, das ist ein neues Spiel erschienen. Das Spiel ist raus. Na gut, ähm, wollt ihr noch was sagen zu Nintendo? Die gucken jetzt bestimmt zu, der Miyamoto und so. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass es Super Mario All-Stars 1 jetzt auch gibt im Rahmen dieses SNES-Spiele-Pakets, wenn man Switch Online kundest. Das haben sie auch superschnell nur abgehandelt. Und da kann man noch mal sagen, es gibt ja bestimmt zwei, drei Leute da draußen, die diese Spiele nie gespielt haben. Und ich finde, es ist eine hervorragende Spiele-Sammlung. Ja, aber insofern ist es ja nichts Neues, weil du die Spiele von All-Stars ja schon vorher spielen konntest. Also du konntest ja den NES-Emulator nutzen auf der Switch, um die Spiele schon zu spielen. Deswegen ist das jetzt, nur weil es jetzt auf dem Super Nintendo quasi die All-Star-Edition ... Also ich hab's nicht im Sinn gebraucht. Aber die sind aber sehr viel schöner. Ja, ja. Also sie sehen hübscher aus auf dem Super Nintendo. Wollte ich nur noch mal sagen, das ist auf jeden Fall auch eine coole Collection, abseits der 3D. Und da kann man dann auch zum Beispiel Super Mario 3 noch mal nachholen, wenn man das nicht gemacht hat, weil es immer noch ein absolut fantastisches Spiel ist. Und ich bin mir sicher, dass es viele von euch nicht kennen und vielen Spaß machen wird. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank, Nintendo, für das 35 Jahre lang uns mit Videospielen versorgen. Hört damit bitte nicht auf. Bitte. Sarah und Matze und Fabian, vielen Dank fürs Mitmachen beim Almost Daily. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.